Ganz schön sein. Nein, umkehrt. Schönheit kann ganz schön schnell sein. Das ist nicht aus einem Prospekt von irgendeinem neuen Sportwagen, sondern das ist aus einer Kritik von unserer nächsten Künstlerin, der Irina Akimova. Sie ist eine Hula-Hoop-Tänzerin und zum gerade nochmal zitieren aus dieser begeisterten Kritik, wenn sie losleiht, ist sie ein Wirbelwind an Eleganz. Da aus euch die Irina Akimova. Vielen Dank. 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 dude. Bye. 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 Untertitelung des ZDF, 2020